Das seltener der veraltet auch die Klafter ist ein historisches Längen-, Raum- und Flächenmaß. Längenmaß Als Längenmaß geht das Klafter auf die Spanne zwischen den ausgestreckten Armen eines erwachsenen Mannes zurück und wurde traditionell mit 6 Fuß definiert. Entsprach also etwa 1,80 m, in Österreich betrug seine Länge zum Beispiel 1,8965 m, in Preußen 1,88 m. In Bayern betrug ein Klafter hingegen lediglich 1,751155 m, in Hessen war es mit 2,50 m deutlich größer. Das wiener oder niederösterreichische Klafter wurde durch Rudolf II. bereits am 19. August 1588 als Längenmaß festgelegt. Als 1835 die schweizerischen Maßeinheiten über das metrische System definiert wurden, entsprach ein Schweizer Klafter exakt 1,80 m. In Aachen, Baden, Bayern, Böhmen, Hamburg, Leipzig, Polen, Trier, Wien und Zürich war das Klafter gleich 6 Fuß. Im Kanton Bern 8 Fuß und im Kanton Freiburg 10 Fuß. Als maritimes Tiefenmaß entspricht dem Klafter der Faden-Basislinie. Die Vermessung Österreich-Ungarns begann ab 1762 mit der Errichtung der Wiener Neustädter Grundlinie mit 6410, später 5000 Klafter Länge. Dargestellt mit fünf Maßstäben von 1 Klafter Länge aus lackiertem Holzraummaß. Vom Längenmaß leitete sich das alte Raummaß für Scheitholz ab. Ein Klafter Holz entsprach einem Holzstapel mit einer Länge und Höhe von je einem Klafter. Die Tiefe dieses Stapels entsprach der Länge der Holzscheite und damit in der Regel drei Fuß, also 0,5 Klafter. Das Volumen eines Klafters Scheitholz betrug also nur 0,5 Kubikklafter. Dies wiederum entsprach je nach Gegend 3 bis 4 RM bzw. etwa 2 bis 3 Festmetern Holz. Das altpreußische Klafter entsprach 3,339 Kubikmeter. In Österreich war ein Klafter-Äquivalent mit 3,386 Kubikmeter. In der Schweiz, im Werdenfelserland und in Teilen unter Frankens entspricht ein Klafter-Scheitholz seit der Einführung des metrischen Systems 3 Kubikmeter. Aufgeschichteten Brennholzes üblicherweise sind die Scheite ein Meter lang. Eins Klafter-Brennholz entspricht damit etwa 2,2 Festmeter. Auch Heu wurde im 19. Jahrhundert teilweise in Klaftern gemessen. Das Kubikklafter war nicht einheitlich. Regionsabhängig war das Maß von dem geltenden Fuß. Das Kubikklafter für Holz konnte abweichen. Hier das Beispiel für das österreichische Maß. Ein Fuß ist gleich 140,131 Pariser Linien ist gleich 0,3161 Meter. Eins Kubikklafter ist gleich 216 Kubikfuß ist gleich 6,8224 Kubikmeter. Der Kubikfuß hatte allgemein 1728 Kubikzoll mit je 1728 Kubiklinien zu je 1728 Kubikpunkte. Eins Kubikklafter ist gleich 6 Kubikklafterfuß zu 12 Kubikklafterzoll zu 12 Kubikklafterlinien zu 12 Kubikklafterpunkten. 216 Kubikfuß zu 1728 Kubikzoll zu 1728 Kubiklinien usw. Eins Wiener Kubikklafter ist gleich 6,8223457176 Kubikmeter. Eins Kubikklafterfuß ist gleich 1,1370574286 Kubikmeter. Eins Kubikklafterzoll ist gleich 94.754.785,7 Kubikmillimeter. Eins Kubikklafterlinie ist gleich 7.896.232,1 Kubikmillimeter. Eins Kubikklafterpunkt ist gleich 658.019,3 Kubikmillimeter. Eins Kubikfuß ist gleich 0,0315749412 Kubikmeter. Eins Kubikzoll ist gleich 18.249,3 Kubikmillimeter. Eins Kubiklinie ist gleich 10,56 Kubikmillimeter. Das Rahmklafter, wie ein Holzmaß in Österreich genannt wurde, gab es für langes und kurzes Brennholz. Eins Rahmklafter langes Brennholz ist gleich 6 Fuß lang und hoch, 1 und ein Viertel L in Scheitlänge, etwa 111 Kubikfuß. Eins Rahmklafter kurzes Brennholz ist gleich 6 Fuß lang und hoch, 1 L Scheitlänge, etwa 90 Kubikfuß. Zwei Klafter rechnete man für einen Stoß. Flächenmaß. In Österreich umfasste 1 Joch 1600 Quadratklaftern mit der Kantenlänge 8 Klafter mal 200 Klafter, folglich etwa 5754 Quadratmeter bzw. 0,575 Hektar. Eins Quadratklafter entsprach 3,5979 Quadratmeter. Im schweizerischen Kura-Rheintal und im Pretigau wurde das Wiesland in Klaftern gemessen. Im angrenzenden Fürstentum Lichtenstein ist das Quadratklafter heute noch zur Messung von Grundstücksflächen gebräuchlich. Ein Quadratmeter entspricht 0,27804 Quadratklafter. Eins Quadratklafter entspricht 3,59665 Quadratmeter. Das Klafter als Längeneinheit war dort folglich ca. 1,8965 Meter lang. Das Quadratklafter war in Darmstadt 1 Quadratklafter ist gleich 100 Quadratfuß ist gleich 10.000 Quadratzoll ist gleich 6,25 Quadratmeter. Anderssprachige Bezeichnungen für Klafter Umrechnungstabelle von 1838 Kanton Neuenburg, Kanton Bern 1 Toas ist gleich 10 Fuß. Kanton Wallis 1 Klafter ist gleich 6 französische Fuß. Kanton Wallis 1 Toas ist gleich 10 Fuß ist gleich 3,00 Meter. 1 Toas Gare ist gleich 100 Quadratfuß ist gleich 9,00 Quadratmeter. 1 Toas Cube oder Toas Kurante ist gleich 1000 Kubikfuß ist gleich 27 Kubikmeter. Kanton Tessin 1 Spazzo ist gleich 6 Fuß ist gleich 1,808 Meter. 1 Tesa ist gleich 6 Fuß ist gleich 1,80 Meter. Frankreich 1 Toas Usuelle ist gleich 6 Piz ist gleich 2 Meter ist gleich 1,026148 Pariser Toas. Piemont während der französischen Herrschaft 1 Tesa ist gleich 5 Pi. Die Manuallee ist gleich 759,17 Pariser Linien ist gleich 3,0826 Meter. Mailand unter französischer Besatzung 1 Gawese die Modener, Modenesar Klafter ist gleich 6 Modenesar Fuß. Russland 1 Saschen ist gleich 3 Aschin ist gleich 2,13356 Meter. Polen 1 Satzen ist gleich 8 Fuß. Spanien und ehemalige Kolonien 1 Töser, Brasa Estado ist gleich 2 Varas ist gleich 6 Piz. Portugal auch Brasilien 1 Braca ist gleich 2 Varas ist gleich 8 Poligadasch. Italien, Spanien, Frankreich, Nordküste, Afrika 1 Cain, Cannes.